Holz, soweit das Auge reicht. Für die Familie Adelt war der Baustoff Holz im Zuge der Planungsphase immer ein vorherrschendes Thema. Wir wollten ein Haus, das schön ist, wir wollten ein Haus, das nachhaltig ist. Nach langem Suchen haben wir dann eben die Holzbaufirma gefunden, wo wir sich das vorstellen können. Da war es dann gleich schön, wie er gesagt hat, das Holz, das sich verbaut, kommt aus dem Holzkammergut. Hinzu kommt, dass Holz schlichtweg praktisch ist. Das verwittert, jetzt schaut es fünf Jahre so aus, dann schaut es, weiß nicht, fünf Jahre ein wenig geschäckert aus und dann schaut es wieder 40 Jahre richtig schön verwittert aus. Auch im Innenbereich ist Holz nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein akustisches Bauelement. Höhe 5,60 Meter im Wohnzimmer, da hallert gar nichts. Und wenn man nach einem Urlaub heimkommt, macht man die Tür auf und es rückt noch immer nach Holz. Gemütlich, praktisch, ästhetisch. Natürlich mit Holz.